Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Minecraft Part. Ganz YouTube macht es bzw. alle Let's Player und ich mache es jetzt auch endlich mal. Haben viele gewollt, ihr habt ja. Es gibt nur ein paar Sachen noch zu sagen. Ich werde es halt mit Hintergrundmusik machen, die aber nicht Copyright geschützt ist. Ähm, und dann... Oh, den Sound kann ich mal ausstellen. Oder so. Dann werde ich cheaten. Hier, das Programm cheaten. Ich werde nicht sagen, wie das heißt. Ihr könnt es selber googlen. Ich weiß es nämlich selber nicht. Ich habe mir einen Kumpel geschickt. Dann, ich sehe aus wie Zack Fear von Final Fantasy 7. Habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Zack, oh, Zack ist so cool. Ähm, und ich... Es ist auch nicht blind oder so. Ich habe ungefähr eine Ahnung, was ich tun kann, muss und will. Bauen. Aufträge habe ich eigentlich nur... Ich will Midgar nachbauen. Für alle Final Fantasy 7 und Crysis Core Spieler. Midgar will ich bauen. Ja. Nicht perfekt nach, aber... Naja. Ein bisschen halt bauen, nachbauen. Dann soll ich von LTF Tails nachbauen. Das kriege ich hier hin. Und das Buster Schwert will ich bauen. Und halt, äh, Midgar. Und irgendwelche... Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich bauen kann oder soll, einfach schreiben. Ich höre es mir an. So. Wo... Hier war der Spawn auf dem Sand. Würde ich sagen, machen wir hier... Ähm... Das Hauptgebäude nicht. Aber hier kann ich mal ein Buster Schwert eigentlich bauen. Schwert, Alter. Oder nee, wir ändern uns mal Sand. Ähm... Und dann machen wir die Fläche ja glatt bis zu der Insel da drüben. Das kann dauern. Ich werde die Parts circa 10 Minuten... Oder so machen... Was heißt 10 Minuten? Ja, doch. 10 Minuten kommt hin. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. So lange wird es nicht sein. Ich habe nicht viel gesammelt. Ähm, wenn ihr ein Problem damit habt, dass ich cheate oder hacke oder... Was auch immer. Dann ganz ehrlich. Hey, es könnt ihr behalten. Ähm... Aber dann guckt euch halt ein anderes als Player. Es gibt auch welche, die machen es vernünftig. Ich würde es halt so machen. Das macht mir mehr Spaß. Also fertig. Das würde eh viel zu lange dauern, Midgar ohne Hexen nachzubauen. Das geht zwar, aber... Naja. Wo komme ich nicht drauf? Sand down. Und nein, es ist nicht die typische Musikart, die ich höre. Ähm... Das ist halt Musik vom Kumpel. Die er macht und ich... Hör die eigentlich ganz gern. Aber typisch ist es nicht für mich. Na, bei der Haarlänge könnt ihr euch das eigentlich ja denken. Irgendwie, was ich so höre. Oh mein Gott, wird das lange dauern, bis alles hier sandig zu machen. Am liebsten würde ich nur so laufen, aber das geht ja auch nicht. Ne, das funktioniert nicht. Okay, dann mache ich bis 40. Okay. Ja, es ist langweilig, aber ich muss halt den Boden hier ebnen, auch wenn das irgendwie Quatsch ist. Aber ich will halt hier beim Spawn meinen Spawn haben. Gibt irgendwie Sinn. So, die Musik ist eine Playlist, die ja ich erstellt habe. Und, ja, wenn sie euch nicht gefällt, da kannst du ehrlich, habt ihr Pech gehabt. Ich höre es gern. So, erster Beat ist, beziehungsweise erstes Musikstück ist fertig. Hier will ich einen Übergang bauen zu der Insel. Mal gucken, was ich da hinbauen werde. Erstmal werde ich mir gleich das Busters-Wort bauen. Monotails, das ist so meine Ausgangsposition. Kann sein, dass das ein bisschen leise ist. Die Musik stelle ich mir ein bisschen lauter. Vielleicht will ich dann zu leise sein, aber das ist es nicht mir wert. So, cool. Niklas, ich weiß, dass du dich geehrt fühlst. So. Bauen, 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 mine, minecraften, craften. Und für alle, die sagen, oh, du kannst gar nicht ohne Hex spielen oder was. Nö, kann ich nicht. Ganz einfach, kann ich nicht. Bin ich viel zu schlecht für. Das Craften macht aber, finde ich echt am meisten Spaß. Wer die Meinung auch hat, Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Das Sanden ist hier ein bisschen langweilig, aber ich weiß nicht, was ich für den Anfang sonst machen würde. Ich mache ja gleich was Vernünftiges, keine Angst. Geh kaputt. Kaputt. Geh kaputt. Dankeschön. Und hoch. Und den Tetris-Stein hier. Zack. So, so viel haben wir. Aber ich will ja noch ganz rüber. Deshalb machen wir es so eben fertig. Und danach... Weil dann muss ich nicht immer so viel laufen. Äh, so viel schwimmen. Dauert ja auch nur ewig lange. Das End ist übrigens ganz einfach hier. Links klick. Fertig. Und ich mache auch kein Tutorial dazu. Google das einfach. Ich bin Let's Player und kein... Ach, das ist der falsche Stein. Das ist Sand. Das war... Hier kann man das auch löschen, wenn man das in Trash zieht. Das schmeißt man ja nicht weg. Das ist auch voll cool. Auf Reintrain. Das ist doch eh keine Sau. Oh, gosh. Ich will nur eben auf die andere Insel rüber bauen. Und dann fangen wir an mit... Tails oder Schwert? Hm. Tails hätte eigentlich Vorrang. Aber das Schwert habe ich besser im Kopf. Auch wenn ich neben mir den... Äh... Google aufhabe. Und da eigentlich alle... Grafiken mit anhab. Die ich nachbauen wollte. So, nochmal. Für alle, die bis jetzt vorgespult haben. Weil das Sandbauen echt nervig ist. Wenn ihr wollt, dass ich irgendwas baue, dann komm... Komm ich schreiben. Ich werde es gucken, ob ich mache. Aber ein Versuch ist es ja wert. Shinra, ey. Ich werde ganz verfuckte... Shinra-Konzern nachbauen. Beziehungsweise das Gebäude. Den Turm. Auf jeden Fall die... Stadtmauern und so. Die Reaktoren. Weiß ich nicht, wie ich die darstellen kann. Aber das geht sicher. Das mit dem Licht wird schwer. Ja. Oh, gosh. Ja. Ist doch geil. Ich habe gerade so einen Adrenalinrausch. Dabei war ich gerade noch voll müde. Bauen, bauen, bauen. Bauen, bauen, bauen. Speed, speed. Speed. So, das baue ich irgendwann noch offscreen aus, denke ich mal. Oh, schon wieder ist der Sand ausgegangen. Das ist Sandstone. Der ist ja seit dem letzten Patch auch dabei. Sand... Bauen. Alter. So. Falls ihr wissen wollt, von wem die Musik ist oder was auf meinem Kanal steht eigentlich unten in der Besch... Äh... In der Verlinkung. Ah, mein Hintern juckt. Wer das ist. The Fantastic Beats. Spoiler. Aber der hat es nicht nötig, Werbung zu bekommen. Der ist schon gut genug. Aber einmal mache ich trotzdem mal. Zack, zack. Ja, ist ja gut. Ich höre schon auf. Ich will es halt ein bisschen... So, jetzt haben wir ungefähr so... Einen Weg. Fruity Fresh. Okay, das wollte ich auch noch ein bisschen ausbauen. Gut, ich weiß nur nicht genau, wo ich spawn. Und sterben habe ich auch nicht vor, zu tun, zu hadden. Deshalb machen wir das mal so... What? Buster Sword haben wir hier. Okay, dann fangen wir mal an. Ich brauche graue Steine. Ich weiß nicht, ob ich das damit machen will. Gibt es nicht irgendeinen ganz grauen? Hier, der wäre doch gut. Grey Wool. Okay, das ist Wolle. Next. Was haben wir... Oh, der ist doch Clay. Der sieht doch schick aus. Die Seite machen wir dann direkt mit Snow nicht, sondern mit... Wolle. Wohl. Aber nur unten. Der Schaft oben wird aus Gold oder Yellow wohl. Mal schauen. Und der Griff wird mit Rot. Und dann oben der Sockel auch mit... Alles klar, Roh. Wir fangen mal einfach hier... Oh, das ist doch perfekt. Das ist ein bisschen klein. Egal. Okay, wir fangen an. Es soll... Wie soll es stehen? Nach oben soll man das sehen. Okay. Fangen wir mal so an hier. Mit dem... Yellow... Yellow wohl. Das ist zu yellow. Das brauche ich hier. Sunstone. Guck, wir löschen den Kram. So, es wird dunkel. Aber ich... Das hindert mich jetzt nicht, hier das fertig zu machen. Vier oder noch größer? Ach, das reicht, denke ich mal. Ach, Goddamit. Ich weiß, dass ich mir Werkzeuge schieben kann, aber... So, Wayne, da habe ich mehr Platz im Back. Für den Moment. Rot brauche ich. Rot... Na, das ist zu rot. Obwohl es geht, denke ich mal. Zack, 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 zack. Gut, sorry, LTF, aber da mache ich dein Tales erst danach. Obwohl, dann machen wir hier oben einen Cut. Ich denke mal, ihr habt alle Informationen in diesem Part herausfinden können. Nicht, was ich machen werde, wie es machen werde, was, wo, wie, wann, wieso und weshalb. Euer Dab, ich wünsche euch noch eine schöne Tag, Nacht oder wann auch immer ihr den Kack hier guckt. Und wir sehen uns im nächsten Part.